Das alljährlich Anfang Juli veröffentlichte Wirtschaftsbarometer lässt sich am besten mit einem hochsommerlichen Wetterbericht vergleichen. Die Sonne scheint und keine Wolke trübt den Himmel. Über 700 steirische Unternehmerinnen und Unternehmer aus allen Branchen, Regionen und Betriebsgrößen haben an dieser Konjunkturumfrage teilgenommen und alle abgefragten Parameter sind deutlich besser als im Vorjahr. Dementsprechend strahlend präsentierten die Spitzen der Steirischen Wirtschaftskammer die Umfragedaten. Da kann man auch strahlen, auch wirklich, kann man sagen, zehn mageren Jahren haben wir erst mal sehr, sehr positive Werte. In der Vergangenheit haben wir berichtet, es gibt den Konjunktursilberstreifen am Horizont. Also wir können sagen, die Konjunktursonne ist aufgegangen. Wirtschaft wird von sehr viel Stimmung und Erwartung geprägt. Und dieser Optimismus spiegelt sich in den Erwartungen der Unternehmer wieder. Sie erwarten sich, dass die Umsätze in den nächsten zwölf Monaten steigen werden. Sie planen Investitionen, egal ob klein, mittlere oder große Unternehmen. Und sie erwarten sich auch, dass sie mehr Leute anstellen werden. Auch das ein sehr wichtiger Punkt. Wir sind ein Hochtechnologieland und einer der Motoren für den Aufschwung sind die Exportumsätze. Der Erwartungssaldo der steirischen Exporteure ist heuer mit 57,8 Prozentpunkten doppelt so hoch wie bei der letzten Konjunkturumfrage. Eine wichtige Rolle spielt dabei das international hohe Ansehen unserer Wirtschaft. Mit Österreich arbeitet man deswegen einerseits, weil es wirklich beste Qualität ist, aber auch weil sie so verlässlich sind in der Abwicklung der Aufträge. Und das, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Unternehmen jetzt sagen, wir werden wieder neu investieren. So erwarten ein Drittel der steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer einen Anstieg des Investitionsvolumens, dessen Saldo mit 25,5 Prozentpunkten deutlich über dem Ergebnis der vergangenen Umfragen liegt. Gründe für den Optimismus sind in erster Linie eine bessere Positionierung am Markt und technische Innovationen. So viel positive Stimmung wirkt sich natürlich auch auf die Beschäftigtenzahlen aus. Wir sind sehr froh, dass österreichweit die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist. Wir freuen uns, dass die Steiermark jetzt hintereinander Nummer eins beziehungsweise Nummer zwei bei den Rückgängen in der Arbeitslosigkeit ist. Wir freuen uns sehr über die Jugendbeschäftigung, dass die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen, also der bis 24-Jährigen, um mehr als ein Viertel zurückgegangen ist. Die Einschätzungen in der Steiermark sind laut Wirtschaftsbarometer überwiegend besser als im Österreichschnitt. Innerhalb der Steiermark rechnen die Unternehmer im Großraum Graz, im Murtal und in der Oststeiermark mit einem starken Aufschwung. Deutlich besser als im Vorjahr sind auch die Erwartungen in der Hochsteiermark, im Raum Lietzen und in der Südweststeiermark. Auf die neue Regierung wartet im Herbst auch ein Forderungspaket der Wirtschaftskammer, damit die positiven Konjunkturdaten im nächsten Jahr durch Reformen verstärkt werden. Man kann dankbar und stolz sein, dass wir so gute Taten haben. Das ist wie im Sport. Man freut sich über den Meistertitel, aber man darf nicht vergessen, man darf nicht zum Trainieren aufhören. Um auch weiterhin so quasi diese positive Bewertung zu behalten, braucht es natürlich auch Maßnahmen. Und da muss man schon auch ein Aber anführen. Das heißt, wir brauchen auch weitere Anreize, damit Investitionen weiterhin passieren. Wir brauchen natürlich den gesamten Bereich der Bürokratie. Hier brauchen wir Entlastung und natürlich auch die dementsprechende Flexibilität in der Gesamtbetrachtung, damit wir international dabei bleiben.